dann geh den mal verwenden ich gucke gerade wo beziehungsweise wo es weiter gehen könnte da brauchst du einen goldenen du meinst für die große eingangshalle wo ne opa gestorben ist da brauchst du einen goldenen für immerhin später ist das ding Ich weiß nicht, wo sie mauseln. In der großen Stadt, in der Taverne, wo man durch die Straßen durchläuft. Also, ich war da auf jeden Fall, aber ich glaube, ich war in irgendeiner Taverne drin. Das war doch, ähm... Hier. Wayne. Also, hier bin ich auch gerade einmal alles durch. Da war ich schon irgendwo drin gewesen, wo ich noch nicht war vorher. Irgendwo da ist eine Taverne. Okay, ich gucke mal. Finde sie. Okay. Ey, Krabby! Vielen Dank für deinen Raid, Krabby, mit zwölf wunderschönen Menschen. Danke, 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 Krabby. Und herzlich willkommen, liebe Raiders. Kleiner Augenblick, YouTube. Ich bin gleich wieder da. Eins, drei, drei, vier. Wieso viel zu spät, Krabby? Ich habe einfach wieder die Zeit vergessen. Ach, du wolltest gar nicht so lange. Danke für den Kampffschott. Ich habe noch ganz viel Spaß. Krabby, danke schön. Ich wünsche dir gut Nächtele. Ah, ich muss im Pfiff wieder aufstehen. Krabby, schlaf gut. Vielen Dank für deinen Raid. Vielen, vielen Dank. Ich komme auch immer wieder hier, ne? Jetzt kommen wir schon etwa Taverne. Es riecht nach Bibi im Takatukala. Hey, hey. Hier soll eine Taverne haben wir? Ah, schauen wir mal. Also das... Oh, warte mal. Ne, das war in irgendeine andere Richtung. Hier? Ich kann gleich mal lang gehen. Gehen wir hier rum? Dann kommen sie aufs Neck. Dann kommen sie ja vorne, ja raus. Vielen Dank. Oh, der ist noch gar nicht. Okay, hier auch nicht. Ich schreibe jetzt etwas höher, höher, hier. Ich bin tatsächlich fit. Also wirklich, müde bin ich nicht. Nee, 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 nee. Das war die Zeit ohne Küsstbuchmarker. Hoi. Ah. Nee, da habe ich aber eine Schlüssel nicht für. Okay, da brauche ich auch noch eine Schlüssel für. Okay, okay, okay. Aber hier bin ich auf jeden Fall falsch. Ich komme auch immer wieder weg, ne? Wenn du hier in der Ecke bist. Mädchen, ich musste alle drei töten. War ich hier gerade oder da? Ich sehe sie gerade. Der gehört damit zu, wahrscheinlich nicht mehr. Ist auch nichts. Nichts. Saubere Sache. Jo, geht doch. Ja, ich halte hier schon die ganze Zeit ausschauen, ob irgendwo ein Punkt ist, wo ich rankomme. Aber nö. Also, wo sich was verändert, weißt du? Ja, ich halte hier schon die ganze Zeit ausschauen, ob irgendwo ein Punkt ist, wo ich bin, wo ich bin, wo ich bin, wo ich bin, wo ich bin. Oder meintest du das hier? Da war ich auf jeden Fall vorhin schon drin. Ah, okay. Ich weiß nicht, wo ich wieder bin. Okay, nee, das ist ein Aufgang gewesen. Mal hier runter. Da geht's gerade aus. So war ich aber auch schon mal gewesen. Also, ich kann ja nochmal lang gehen. Also, war ich da gerade auch schon gewesen oder war ich da vorhin gewesen? Warte. Nicht abhauen. Was sind eigentlich diese Dinger? Bedeutet das, dass das dann noch irgendwann in der Kiste steht? Wahrscheinlich, wa? Ich weiß nicht, bin ich heute schon mal da? Also, jetzt gerade eben schon mal da lang vor... Gerade ausgegangen oder? Früher bin ich da auf jeden Fall gerade ausgegangen, wo ich hier das erste Mal war. In dem Fall kommt die von da an. Der muss doch ja da auch irgendwas sein. Okay, jetzt kommt die da. Wir gehen mal da lang. Achso, ja doch, da war ich schon... Mal, ich gucke hier auf mal. Hier ist nichts. Kommst auch nicht rüber mehr. Na, jetzt bin ich da. Ich gucke hier auf, ich gucke hier auf, ich gucke hier auf. Ja. Das ist fast halt das Gleiche, ne? Ja, alles. Gebt euch kein unten, oder... Naja, aber wenn ich sie hier hinschicken will, gehen sie nach unten. Okay. Dann geh mal an der Mauer in eine andere Richtung. An der Mauer. Hier nicht, ne? Oder meinst du hier? Oder hier geht sie nur noch da? Du meinst da, wo man auf die Treppe hochgehen kann, ne? Bei dem anderen Teil. Ach, da wo die Treppe... Hier, meinst du? Hier. Ja, welch? Ich war's in jeder Richtung. Ich kann ja nur noch nach oben gehen. Jeden Weg, ja. Ich bin hier auch schon runtergegangen. Ich war auch schon rechts gewesen. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Junge, die frisst mir das ganze Essen weg, ey. Weil ja immer wieder die Leute kommen gleich, haben wir kein Essen mehr, ey. Weißt du, was ich falsch gemacht habe? Ich habe nicht hinten auf den Hof geklickt. Ich habe hier auf ein Tor gehalten und habe geguckt, wann da so ein Ding kommt, dass man da reingehen kann. Weißt du, so ein Symbol wie... Hier an der Seite ist ein Tor. Darauf habe ich gewartet. Ja, ich habe vorhin nämlich auch, wo ich das erste Mal hier war, auch geguckt, ob ich da irgendwie rein kann oder so. Aber erstmal gucken, ob ich hier oben was machen kann. So. Ist das jetzt hier auch... Ich rieche, dass du näher kommst. Also hier ist es wahrscheinlich wohl nicht, ne? Auch nicht. Aber täuscht dich nicht. Ich habe geforzt. Jetzt kommen die schon wieder, ey. Die muss das ganze Fressen weg hier. Die Kacklappen. Jetzt bin ich wieder da. Ich bin ein Kacklappen. Ich bin ein Kacklappen. Ich bin ein Kacklappen. das kann doch nicht weiter leck mich am arzt jetzt komme ich schon wieder aber die faser Ich muss ja auch irgendwas sein wenn man da rein kann, aber ja hier ist ein Dings wahrscheinlich weil da irgendwann mal eine Kiste sein wird vielleicht. Ich bin hier eben gerade nach links gegangen, ja. Ja, aufreibend heute wieder hier, aber macht Spaß, wirklich. Fahrt hier einfach mal ganz kurz, weil irgendwann reicht es ja dann doch, indem man ja auch von wie es weitergeht, ne. Ich fiete gerade einen Moment, boah, habt ihr nicht gehört YouTube, habt ihr nicht gehört? Habt ihr nicht gehört? Ja. Ja. Ich bin hier. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Achja, wo es angefangen hat, ne? Wo hat denn das angefangen, mein Gott? Ja, Davids Haus David? David? Seid ihr in Ordnung? Ja, es ist nur, das ist mein Zuhause und ich vermisse es. Ich will meine Frau zurück. Für einen Moment dachte ich, euer Wunsch würde in Erfüllung gehen. Kommt, wir gebeten Ihnen lieber Einhalt, bevor Sie alles zerstören. Wollen die kämpfen? Jo, toll. Wollen wir machen noch ein gutes Geräusch? Also ich wäre jetzt irgendwann nach und nach, irgendwann wäre ich vielleicht hier gelandet worden. Ich werde hier nach und nach alles noch einmal abklappern. Aber so ist schon ganz gut. Okay, da umgehe ich nicht weiter. Hier unten? Oder soll ich ins Haus reingehen? Ich gehe mal ins Haus rein. Nach rechts oder gehen oder nach oben? Okay, naja, gut, hier im Haus war ja nichts. Okay. Das sieht halt auch einfach komisch aus. Ich gehe mal nach oben. Ne, hier nicht. Hier oben ist nichts. Okay. Wir sind vorhin auf jeden Fall hier lang gegangen. Das weiß ich noch. Okay, dann. Ich liebe sowas. Ne, wirklich jetzt. Okay, hier war ich auf jeden Fall noch nicht, glaube ich. Okay. Was machst du denn da mit mir? Ja, aber für sowas. Oha, ich könnte ihn ja gleich, wenn manchmal was kommt, könnte ich ihn ja mal testen. Oha, wo kommt er denn her? Alter, hast du gesehen? Oh, die Nackenschelle wird gegeben. Die ist tot. Junge, hör doch auf, mir eine zu klatschen. Junge. Oh, Junge, bis ich den gefunden habe. Junge, ich sehe mich nicht mehr. Kacke hier, ey. Junge, die waren ja richtig stark. Wenn es hier ja geben. Ich würde sagen, ich mache nie eine Pause. Aber ich mache das auf jeden Fall weiter. Ich würde das auf jeden Fall zu Ende spielen. Das machen wir auf jeden Fall. Wird natürlich lange dauern wahrscheinlich. Aber egal. Habt ihr Bock drauf. Macht Spaß. Ich gebe Ihnen in dem Fall, aber ich werde es immer nur dann machen, wenn Metal auch da ist. Weil er hat es sich gewünscht, dann will ich es auch dann spielen, wenn er da ist. Ich liebe ihn bei YouTube. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut. Bis zur nächsten Aufnahme. Also, ganz kurz nochmal, mir gefällt es sehr. Und, ja. Das ist eine gute Idee gewesen, dass wir auch mal andere Leute wieder aussuchen können. Und nicht immer nur ich. Ihr Lieben, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.